So, herzlich willkommen zur 24. Folge Let's Play Minecraft Pocket Edition. Yo. Mit VIP 1992. Wie immer. Ja, und was wollte ich noch sagen? Ähm, wenn das Update jetzt schon gekommen ist, dann wundert euch nicht, warum wir es noch nicht haben. Denn wir machen die Folge schon vorher. Ja, und hier ist das Update leider noch nicht da. Schluss. Jo. Und jo. Let's craft. Warum hab ich jetzt noch sinnlos? So, das ist mal wieder weg. Das Ohr ist mal wieder weg. Alles gut. Was soll ich tun? Machen? Ähm, naja, eigentlich brauchen wir jetzt erstmal nicht so richtig. Deswegen, am besten ist hier noch den Balkon, sag ich mal. Obwohl, das kann man eigentlich so lassen. Ich weiß, nee, das sieht wild scheiße aus. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr das findet, wie das hier aussieht. Ob die Terrasse hier überhaupt notwendig ist. Vielleicht machen wir jetzt alles umsonst, weil es euch überhaupt nicht gefällt. Ich hab bloß dein Zeug weggenommen. Und wenn ihr wissen wollt, was im Update 0.5.0 neu ist, dann geb ich euch jetzt mal einen Tipp. Guckt das Update-Video an. Link ist wahrscheinlich in der Beschreibung. Und wenn nicht, dann geht einfach auf meinen Kanal und guckt es euch da an. Jo. Wow. Wow, Levy. Ja, so weit sollte es eigentlich nicht gebaut werden, ne? Es sollte nur bis hier. Wo bist denn du jetzt, Mensch? Achso, ne? Aua. Das hat irgendeinem von uns beiden jetzt wehgetan. Ja, mir. Ein halbes Herz. Warum? Du hast mit meinem Herz gebrochen. Was hab ich denn gemacht? Ich hab dich nicht berührt. Ich bin dich angestoßen. Ich bin dich angestoßen. Das ist in Deutsch. Ich bin dich angestoßen. Ja, ich bin auch eine Sprache-Deutsch. Er ist Deutscher, er kommt nicht aus dem Ausland. Und trotzdem. Pst, verrate doch nicht alles. Krieg ich nur meine Spitzhacke nur langsam? Da bist du. Wenn du mir immer am Weg stehst, musst du nicht wundern, dass du immer geschlagen wirst. Jetzt geh doch mal da weg. Dann gib mir einfach meine Spitzhacke. Ich baue jetzt erstmal hier was hin. Geh weg. Alter, ja, ist ja gut. Bevor du mich hier noch toll hast. So, so soll das sein. Nein, aus. Pst. So, nee, war die neue Kippschäne. Ich hab auch keinen Alter. Hast du deinen Alter aufgebraucht? Äh, nee, ich hab noch keinen von dir gekriegt. Naja, ich bin ja dein Alter von den letzten Let's Play. Die hab ich nicht mehr, weil du mich getötet hast. Ja, ich hab's nur aufgenommen. Nee, ich hab's aber ohne mehr. Hm, ich hab's auch nicht. Ich hab nur fünfmal Erde. Jetzt. Mit der Reiner. Okay. Weil ich die von dir gestohlen hab vor uns. Höh! Da hast du mich hart gestohlen. Da liegt sie. Oh, ne superneuer. Ja, stell dir mal vor. Ich liebe es Gewürze. Ich bin. Ja, aber gut. Ja, ich bin. Ja. Da unten ist ein Schwein. Oh, wirklich. Das ist auch ein Schwein. Was kann man mal noch erzählen? Ho, da wüsste ich so einiges. Ja, ja. Was? Hm. Sag's lieber nicht. Genau, mach schon. Oh Gott, die Hälfte der Zeit ist schon wieder rum. Ich war nur noch. Jo. Jo, jo, jo. Hm. Hm. Ich brauch das Update. Das kommt irgendwie in jeder Folge jetzt von mir. Vielleicht ist es zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video anguckt, auch schon längst. da. Das war ja natürlich ganz toll. Denn wir brauchen einfach Kisten, Betten, alles möglich. Wir müssen mal Pellen. Ueba, TNT. Eben, wir machen schon seit 23 Folgen hier durch, ohne zu schlafen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und jetzt kommen wir endlich mal Betten und da können wir endlich mal schlafen. Und ja, so soll das sein. Okay. Oh, was hat denn? Das macht mir alles weg, was ich gerade machen will. So, dann wäre es das doch mal. Aber wir können es auch ein bisschen höher machen. Es ist ja irgendwie so komisch. Aber, bist du gerade weggestoßen? Kannst du ihn aus Versehen. Nord mit Absicht. Mach schon wieder. Ich muss ja, kann sein. Nee, das ist zu weit. So, genau so. So ist gut. So ist gut. So, wenn euch das Video gefällt, guckt auch die anderen an. Dann versteht ihr vielleicht den Zusammenhang. Weil das reimt sich. Hör doch, das schützt mich immer weg hier so. Oder hast du überhaupt gereimt? Wenn euch die Videos gefallen haben, dann guckt auch mal die anderen an. Wie witzig. Mehr oder weniger. Eher weniger. Ich brauche Ferien. Du brauchst Ferien, ich brauche Urlaub. Ja, musst du haben. Weißt du. Ja. Ich brauche wirklich Ferien. Wir hatten zwar erst sechs Wochen Ferien, aber... Es geht einfach nicht ohne. Vor allen Dingen, jetzt streichen ja alle schon die Lehrer. Was willst du denn mehr? Zu meiner Zeit gab es das nicht. Nee, gar nicht. Nee, gab es auch nicht. Hm. Zu deiner Zeit waren ja auch nicht so viele Schüler. Aha. Da haben sie gesagt, ey, was macht der Zombie? Ja, der hat sich vor... Oh, das ist ja niedlich. Guck mal, der geht auf dich los. Guck mal, gucke mal. Oh, guck mal, der will was von mir. Guck mal, der ist ganz nieb. Der will nichts von mir. Ich verstehe nur, wenn ich ihn anrammel. Oh, ist kaputt gemacht. Buh. Der arme Zombie. Der arme, arme Zombie. Ich wollte nicht sehen, wie du den rammelst. Ja, bist du witzig. Ja, total. Ich weiß. Oh, da musst du alles aufsammeln. Ich krieg sowieso. Ich weiß. Ich war bloß gern das Geräusch, dieses Fluch. Weiter soll es nicht gehen, ne? Das hier brauchst du. Da ist die Tasse ja eigen... Aua! Zombie. Ja, sicher. Eigentlich schon fertig. Oder? Ja, sieht so weit ganz cool aus. Das sieht ja auch eigentlich voll genial aus hier. Hm, geht schon. Hm, dann mach mal hier noch den Boden weg, damit ich hier Holzen machen kann. Ah, was? Bitte gehen jetzt die... Nein, die Türen gehen weg. Oh, schlau. Ja, wenn ich's... Hab ich denn noch... Ne, die Türen... Ne, die Türen... Ne, die Türen... So, klick. Da, wo? Oh, pass auf, da unten ist... Das sind so. Gezweck. Wow, da noch... Ja, geht's in den Raum rein. Wie geht's das denn? Ich hab genug. Und stellt euch mal vor, die Folge ist schon wieder vorbei, fast zumindest. Erstmal noch ein bisschen quäften. Hm, wuuuuh, quäften, klebe sich, wuuuuh. Jaa. Ah, shit. Fuck. Jetzt hab ich wieder so keine Spritz, hab ich auch hier. Ich hab noch immer, die ist gleich leer. Ja, die Fremde jetzt gleich leer machen. Und da war sie weg. Jetzt kann ich das nochmal auf die machen und dann gib mir mal dein ganzes Zeug, denn 10 Minuten sind schon da oben. Leider. Wenn ihr das auch so schade findet wie ich, dann guckt euch doch einfach mal die sechste Folge an und die vierte Folge an, dann... Hä? Oh Gott, wie komm ich jetzt auf sechste und vierte Folge? Das hab ich mir jetzt auch nicht gemacht. Ich war jetzt irgendwie bei der fünften Folge. Keine Ahnung warum. Jetzt wacke mir ne. Ähm, ich wollt sagen, guckt euch die... ...dreiundzwanzigste Folge an. Und die fünfundzwanzigste... Nein. Doch. Nein. Wir haben mit 22. Jetzt haben wir... Davor haben wir gerade die 23 gemacht. Ja. Achso, ja. Also guckt euch die 24. Und... Äh, blablabla. 23. Mein ich doch. 23. Und 25. Folge an. Jo. Habt Spaß. Hehe. Dann würde ich sagen... Ach, bist du das... Ist das schon dein Zeug? Ja. Kann ich eh nicht mehr aufnehmen. Können wir ja das eigentlich mal hier rausschmeißen. Braucht doch eh keine Ahnung. Braucht nicht ein Spinn geben, Mensch. Nicht. Ich hab nen Bogen, da brauch ich das nicht. So. Ähm. Dann würde ich sagen, like das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Ähm. Kommentiert das Video und dann sage ich tschüss, bis zur nächsten 25. Folge. Jo, tschüssi. Jo.